So, hallo guys, was geht ab? Wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist eine neue Case heute Nacht rausgekommen. Und wir haben es gerade Punkt 5.40 Uhr, warte ich lüge nicht, mal hier 5.40 Uhr, ah jetzt habe ich wahrscheinlich mehr, ne. Und ich habe mir 20 Cases gekauft, die wir jetzt zusammen aufballern werden. Hat glaube ich 300 Euro gekostet, der Spaß oder 250, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hoffe, dass wir irgendwas geiles ziehen werden, es sind auf jeden Fall coole Sachen dabei, die wir uns hier schon mal angucken können. Der gute Tony wird nebenbei noch zugucken, hallo? Ja, ich bin bereit, Alter, es geht los. Also Ziel ist auf jeden Fall, Pink Skin oder Knife, sagst du, oder Red Skin? Komm, Acker, Knife und... Alles, Alter, ich mache einfach die erste auf, bevor, Junge, einfach nur aufmachen. 12, 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro... Warte mal, sag mal, wenn du draufklickst, damit die Schuhe verzwingen. Ich habe schon. Jetzt habe ich den, jetzt öffnet sich der Skin. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, mit 4x All-Band-Power-Holo, 4x Titan-Holo, dann sieht es die krass. Alter, krass ist gar... Hast du gesehen, oder was? Krass, ne? Die ist Fake-Tune, oder? Juge, was zum... Ey, wenn ich nicht einmal... Oh, Scheiße. Wenn ich in dem Video nicht wenigstens einen Pink Skin... Einen Pink Skin muss ich ziehen, sonst ist alles... Also ihr müsst euch überlegen, ihr müsst euch überlegen, Mates, auch die im Video, die das Video gerade gucken. Ich habe gerade 30 Euro auszugeben für diese beiden Items. 30 Euro. Eine P250, äh, Ripple. Die hab ich auch gezogen. In Featel-Test, was ist deine? Auf Featel, einsatzerprobt, ich spiel auf Deutsch. Alter, ich würde... Ne, aber ich muss ehrlich sagen, die AK finde ich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sie ziehen werde, werde ich trotzdem absolut eskalieren. So, den Rest kann ich echt enjoymen. Die UMP finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Na gut, M249 spielt halt keinen Spaß, die so... Die Galli müsste ich mir mal... Oh, ich hab die... 5-7 hab ich gezogen. Ich muss sagen, die 5-7 ist gar nicht so scheiße für einen Blue Skin. Guck dir die mal an, Deich. 5-7 ist gar nicht so... Ist nicht so schlecht. Ah, läuft! Ich mach direkt weiter, man, sonst dauert es ja eine Stunde. Ich hab übrigens gesagt, der Tony, der hier nebenbei TS ist, wenn er eine... Wenn er eine Case aufmacht, mach ich 20 auf. Da hat er seinen letzten Groschen zusammengekrotzt und... Was ist das für ein Skin Thunder? Direkt Broke gegangen. Direkt Broke. Hab ich gesagt, dass ich Geld sparen will für eine neue Wohnung? Ja, das hab ich. 300 Euro weg. Ich muss das Video auch... Ist noch nicht zu spät. Äh, ist noch nicht zu spät. Boah, aber jetzt mal ohne Witz, Jungs. Ähm... Ich werd euch jetzt an dieser... Obwohl, ich werd's nicht machen. Ich weiß noch, letztes Mal, als ich gesagt hab, ich blende irgendwas ein im Video, dann saß ich hier so... Oh, ich werd euch jetzt mal hier diesen Song einblenden. Kam einfach gar nicht zu euch zu... Weil ich's vergessen hab, das rein zu cutten. Deswegen, ich wollt schon sagen, ich cutte euch einfach mal die neuen Knives rein, aber... Äh, ihr werdet schon wissen, wie die aussehen, praktisch. Äh... Die ganzen... Oder ich cutte es euch am Anfang vom Video, Alter. Am Anfang werd ich's rein cutten. Digger. Äh, ist echt riesig hier gerade, ne? Wie viel kässt man das? Das ist jetzt die... Ach, du schufst du da, siehst du. Ach, du scheiße, Junge. Es sind, glaub ich, schon 100 Euro. Ne, oder? Es ist jetzt die siebte. Sieben hab ich auf. Na egal, Knife kommt noch. Wir müssen dran glauben. Also entweder wir müssen dran glauben, oder wir müssen dran glauben, ne? Ja, Sapphire. Eins von beiden. Hans mit Sapphire und ich lauf hier durchs Dorf, Alter. Ich lauf hier einfach nur durchs Dorf. Oh! Na, watch me whip. Na, watch me nene. Ich kann den Tanz nicht. Also, UMP scuffled. Find ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Find ich nicht schlecht. Einsatz erprobt. Das ist Geschmackssache, ne? Gibt bessere und gibt schlimmere. Ich find die ganz nice. Ich find die auch ganz cool. So, mal gucken. UMP wird auch viel gespielt. Guck mal. Okay, Alter, StatFN. Oh, oh, nein. Es, wusstest du, dass es immer die vorletzte, also immer das vorletzte Item in der Case ist, was du bekommst? Wie? Also, es ist immer das vorletzte Feld in der Case, was du bekommst. Also, das heißt, selbst wenn es so aussieht, als ob es so ganz knapp das drittletzte oder das letzte wird, es wird immer das vorletzte, so. Deswegen. Ja. 20 Cases, Alter. Also, Zander, will ich. Zander. Ah! Hihihi! Woo! Oh, Gott, die ist aber abgefuckt. Ich muss sagen, die sieht halt nicht schlecht aus, ne? Ich muss sagen. Einsatz auf Minimera? Das ist ein Joke. Ich hätte halt gedacht, die ist ein Battle-Game. Hast du schon gesehen? Life. Was ist Xing Liu? So Drachen... Ja, Alter, ich glaub so. Ich glaub so mehrfache Schlange, Alter. Aber ich brauche das Knife, Gaben. Ich frag mich, wie viel die scheiß CZ noch wert ist, ne? Fuck, diese Scheiße. Die ist 30 Euro wert Minimera, ne? Ehrlich? Oha! Da hab ich ja schon ein Zehntel wieder raus von dem Case-Opening. Ohoho! Leute, das wird ja richtig... Das wird ja hier ne riesen Gaudi! Mac-10-Stat-Trick-Last-Dive. Aber leider in... Zerfickt. Oh, Alter. Einsatzabprobe. Boah, weißt du, dass die so viel wert ist? Nein, guck, ich mag gar nicht. Was ist die wert? Die wurden noch gar nicht gezogen, Alter. Ich stell die für 300 rein. Kauf bestimmt, Alter. Ja, ein Collector, Alter. Das ist die erste, die jemals unboxt. Nein! Die AK ist vorbeigeflogen, ne? Fuck! Aber egal, noch ne P250. Wir können übrigens am Ende auch noch ein Trade-Up machen, sonst. Wir haben ja genügend. Lord, die AK ist... Die AK ist richtig vorbeigeflogen, ne? 300 Euro. Lord, schon wieder die... Was ist das, Mann? Aber die... Stat-Track? MAC-10-Stat-Track-Last-Dive Hab ich schon zum zweiten Mal gezogen. Junge, Alter. Um fucking... Oh, kann noch hinfinden. Um viertel vor... Sechs... Alter, wieder Last-Dive. Wie viel hab ich denn noch? Sechs Cases, ne? Ja, aber die Ausbeute ist jetzt... Ja, gut, die Ausbeute ist eigentlich... Ich muss sagen, ich hab... Für ein Case-Oblemer ist das eigentlich okay. Ist eigentlich okay, ne? Ich hab schon mal schlechteres... Ist das Minimum-Ware? Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt nicht 15 Euro pro Case ausgeben würde, wäre das okay. Abgesehen. Aber die Shotgun ist echt... Also das... Was ist das? Sonder. Vor allen Dingen, wusstest du, dass... Das ist schon ne Frechheit. Die Skin-Ersteller werden... Die werden ja beteiligt an dem Profit, ne? Also... Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt für 2 Euro da die Case aufmache, da kriegt der Geld für diesen Skin. Der kriegt Geld für diesen Skin. Das ist wirklich ein richtiger Trick. Der Sonder-Filet, wieso... Sonder. Weil der war im Fisch-Restaurant, hat sich gedacht, jawohl. Den Skin haben wir noch nicht. Oh, noch ein lila Skin. Auto-Pump-Gun. Wie sieht die aus? Äh, die sieht gar nicht mal... Gibt... Gibt Schlimmeres. Das Problem ist, wer das hier auch noch painted, würde ich es entscheiden. Wir neigen uns dem Ende, Alter. Äh... So, Jungs, äh, in den Kommentaren. Ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben, ähm... Was ich auf jeden Fall wissen würde, welche Knife-Combo von den neuen Knives findet ihr am besten? Und welchen Skin findet ihr am besten? Welchen möchtet ihr am liebsten haben? Und, äh... Macht ihr... Macht ihr allgemein Cases auf? Oder werdet ihr... Also, was ich auf jeden Fall gar keinem empfehlen würde, ist, das zu machen, was ich hier gerade mache. Und zwar 15 Euro für eine Case ausgeben. Oder... Na gut, 10 Euro plus 2 Euro der Schlüssel. Also 12 Euro. Macht das bloß nicht, aber... Ja... Werdet ihr euer Glück versuchen, wenn die Teile billiger sind? Oder kauft ihr euch die Skins direkt aus dem Market? Würde ich mal gerne wissen, wie da so das allgemeine Befinden ist. Und ja... Ich hoffe natürlich, euch... Macht das hier trotzdem Spaß zuzuschauen, wie ich hier gerade absolut, absolut down gehe. Na gut, es geht schlimmer. So, 3 Cases noch. Sag mal was Schlaues, dass ich jetzt hier was ziehe. Hello? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ja, okay. Nive jetzt. Nein! Oh, Digga, was... Was... Ho, ho, ho! Digga, es fliegt... Es fliegt... Es ist absolut geisteskranke Item vorbei. Hast du gesehen? Digga, da war eine M4... Da war eine StatTrick-USP, Alter. Die StatTrick-USP und die M4 war auch... Fuck... Weißt du, was ich auch schon mal hatte? Ich hatte es auch schon, weil so ein Knife vorbeigeflogen ist, ne? Und das ist halt... Ey, es blitzt was so. Nur, das erinnert mich an diese Greyskins, die... Obwohl... Auf irgendeine Art und Weise, die mir nicht ganz geheilt ist, finde ich diese Biesern gar nicht so scheiße. Naja. Es ist die letzte Case. Geben, Alter. Bitte. Komm, zähl ab, Toni, Alter. Komm. Aufbruch, ne? Aufbruch. Aufkrise. Die muss es richten. Die muss es richten. Und... Go! Oh Gott, siehs offen. Oh, das ist wieder ein Redskin vorbeigeflogen, ne? Ach, Mann. 300 Euro! Hä? Du hätt... Loy? Mir ist gerade aufgefallen. Ich glaube, die Auto-Pump-Gun hat verschiedene Pattern, Alter. Alter, die Acre. Jungs, Alter. Für die Collector unter uns. Die Auto-Pump-Gun hat verschiedene Pattern. Könnt ihr euch gönnen? Mal gucken, ob ich einen Trade-Up machen kann. Wahrscheinlich mache ich absolut Minus, wenn ich jetzt einen Trade-Up mache, ne? Ich habe auch gar nicht genug Skins zum Trade-Up. Fällt mir gerade auf. Mal gucken, ob es reicht. Vielleicht... Vielleicht können wir uns checken. Leute, die sieht sick aus, Alter. What the fuck? Richtig bunt. Nö, die kann ich gerade enjoyen, die Pump-Gun. Wenn die so bunt ist. Naja, ich contracte sie trotzdem. Für Sparta. Ja, warte mal. Was halt richtig krass wäre, wäre eine AWP, oder? AWP oder M4? Oh, ja. Ah, komm. Eine Redline muss dran glauben. Welche muss dran glauben? Diese hier. Dinger. Siehst du hier ein Trade-Up? Ne, ne? Doch, doch. Trade-Up ist nicht auch. Okay, okay. So. AWP. Das ist S für Sörings. Das habe ich natürlich richtig krass jetzt hingemalt. Komm, bitte die AWP, bitte. Oder die M4. Komm schon, Baby. Ja, nein! Was zum Teufel? Digga, ich contracte mir was aus einer anderen Collection. So, Jungs, das war's mit dem Video. Ich würde mich... Ja, ich habe gerade 300 Euro gewastet. Also, ich freue mich auch über jede... Äh... Interaktion mit dem Video. Ich hasse es immer. Und dann sage ich, gib mir bitte Daumen hoch. Ne, äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr... Das Video bewertet und, wie gesagt, eure Meinung zu den Skins und so weiter schreibt. Ich werde jetzt schlafen gehen, beziehungsweise ich werde jetzt noch, äh, einmal das Case Opening für euch hochladen und ein Full Match auf der neuen Map, die wir vorhin schon gespielt haben. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das hochkommt, deswegen sage ich, äh, ja, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.